Massefehler beheben und Batterie mit Polfett behandeln, Peugeot 205. So, wenn ein Massefehler vorliegt, dann sollten wir mal die Masse kontrollieren. Dazu gehen wir zur Batterie und fangen an, den Minuspol abzuschrauben. Fangt immer mit dem Minuspol an, damit es keine Schäden am Auto gibt. So, schrauben, schrauben, schrauben. Noch mehr schrauben und abziehen. Wenn wir uns nun den Pluspol zu. Dazu benutzen wir eine kleine Ratsche mit einem 10 mm Nuss und fangen an, den Pluspol zu lösen. So, ein Stück lösen reicht, dann können wir auch diesen Pluspol abziehen. Ab ist er. Jetzt legen wir alles zur Seite, damit die Pole frei zugänglich sind. Jetzt sprühen wir etwas Bremsenreiniger auf, ein Baumwolltuch. So, jetzt reinigen wir erstmal die Pole. Die sollen nämlich wieder rein, Metall rein sein. Auch den Pluspol nicht vergessen. Sehr schön. Nun reinigen wir auch noch die Aufnahme des Minuspols. Damit wir auch eine, vergesst nicht drinnen. Alles schön schauber machen. Schön. Nun gehen wir auch zum Pluspolhalter, zur Klemme. Säubern diese auch, damit alles wieder vernünftig leiten kann. Nun nehmen wir etwas Polfett und reiben die Pole damit ein. Damit eine Schicht, eine Schutzschicht entsteht, die Ausdünstung gar verhindert. Superb. So, das gleiche machen wir jetzt natürlich auch im Pluspol. Das wird heutzutage aus ästhetischer Sicht nicht mehr gemacht, hat aber immer noch eine Bewandtnis. Auch wenn die Batterien heutzutage nicht mehr so viel auspupsen. Nun klemmen wir die Batterie wieder an. Wir fangen an mit dem Pluspol und schieben unsere Klemme her drauf, bis sie ganz unten ist. Wir nehmen unsere Ratsche und ziehen die Klemme fest. Durch das Festziehen der Klemme wird das Polfett, was zwischen den Klemmen ist, herausgedrückt und eine metallische Verbindung wird wieder gewährleistet. Kommen wir zum Minus- bzw. Massekabel. Dies werden wir jetzt am Schluss draufstecken und auch wieder verbinden. So, damit ist die Batterie wieder einsatzbereit. So, dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun!